Musik Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, sehr geehrter Herr Dr. Thüne, ich bin glücklich, dass wir uns heute Abend alle hier eingefunden haben. Und ja, nun in so geselliger Runde zusammensitzen. Und danken möchte ich ganz besonders dem Dirk Teschner, der gerade da hinten durch die Tür verschwunden ist, dem Wirt und guten Geist dieses Hauses hier, der uns schon so oft engagiert und tatkräftig zur Seite gestanden hat bei der Veranstaltung bestimmter Events des Kompaktmagazins und das auch heute Abend wieder möglich gemacht hat. Danke, lieber Dirk. Ja, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Marc Dassen. Ich bin Redakteur des Kompaktmagazins und sozusagen jüngster Spross der Elsässer Jugend, könnte man sagen. Seit Anfang 2015 arbeite ich für das Magazin. Und ja, die heutige Abendveranstaltung ist so ein bisschen in zweierlei Hinsicht eine Premiere. Auch für mich, denn zum einen ist eben diese Kompakt-Spezialausgabe Nummer 15, Klimawandel, Fakten gegen Hysterie, die Sie vielleicht auch schon sehen konnten vorne am Eingang. Das ist die erste in dieser Reihe, die von mir als Herausgeber verantwortet wird. Und zum Zweiten ist es für mich auch das erste Mal, dass ich so eine Kompakt-Live-Veranstaltung als Moderator hier leiten darf. Sie haben vielleicht den Kollegen bemerkt dort hinten, der das alles aufzeichnet mit der Kamera. Und ja, wäre also ganz gut, wenn Sie, meine Damen und Herren, durch möglichst frenetischen Applaus hier nochmal meine Befähigung für mein Amt akustisch unterstreichen könnten. So, man weiß ja nie, was man auslöst mit solchen Sätzen. So, ja, Spaß beiseite. Es geht zur Sache, Klimawandel, Fakten gegen Hysterie ist der Titel dieser Spezialausgabe, die ich Ihnen heute mal so in gewissen Grundzügen vorstellen will. Und ich bin sehr froh und glücklich, dass wir heute den Herrn Dr. Wolfgang Thüne als Referenten gewinnen konnten, der eben sein Leben lang auf dem Gebiet der Meteorologie geforscht, gearbeitet hat, da also wirklich aus dem Nähkästchen, aus eigener Erfahrung sprechen kann. Und von dem auch ein, wie ich finde, sehr wichtiger, weil sehr elementarer, ich danke dir, Artikel, auch in diesem Spezial erschienen ist, Reales Wetter, fiktives Klima, heißt sein Artikel, ich nehme Ihnen gar nichts vorweg, ich stupse das nun mal so eben an. Der Herr Thüne hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Freispruch für CO2, das ich natürlich mit Interesse gelesen habe und in dem ich mir viele Ideen und Konzepte auch für diese Spezialausgabe noch mal besorgt habe. Der Untertitel ist auch interessant, wie ein Molekül die Fantasien von Experten gleich schaltet und vielleicht erkennen Sie das nicht so auf den ersten Blick, aber Sie sehen hier so Affen, die in einer Reihe vor Computern sitzen und alle auf die Banane starren. Ich finde es ein ganz treffendes und auch gelungenes Bild, um noch mal deutlich zu machen, was es mit diesen Klimamodellen und Computersimulationen auf sich hat, aber das erklären Sie uns nachher gleich. Gut, ja, wie gesagt, da sich der Herr Thüne in seinem Vortrag um die wissenschaftlichen Fakten und Irrtümer zum Thema Klimawandel kümmern wird, bleibt es mir vorbehalten, einige wenige einleitende Worte zu sagen, einige wenige einleitende Worte zum Heft und auch kurz ein paar Dinge anzureißen zur politischen Dimension dieses ganzen Klimaspektakels. Da würde ich jetzt noch mal kurz zu dieser Ausgabe greifen. Also wir haben zum Beispiel eine ganz schöne, wie ich finde, Doppelseite mit Filmplakaten, Magazincovern und so weiter, die noch mal so ein bisschen die Hysterie des Mainstream in diesem Thema noch mal verdeutlichen sollen. Und angefangen hat dieses Klimaspektakel eigentlich mit der Spiegel-Ausgabe vom 11. August 1986. Viele von Ihnen werden dieses Cover schon mal gesehen haben. Das ist das Kleine hier, das können Sie jetzt nicht so gut erkennen. Und zwar steht hier drauf, Ozonloch, Polschmelze, Treibhauseffekt, und Forscher warnen die Klimakatastrophe. Und auf dem Bild zu sehen ist ein Bild, das ist also wirklich international auch um die Welt gegangen. Da ist der Kölner Dom, also wirklich bis zum Dach unter Wasser gesetzt, um noch mal wirklich so ein Schreckensszenario auch entsprechend an die Wand zu malen. Und ja, das war 1986, 20 Jahre später, schreibt die Bild-Zeitung. Ich nehme das jetzt mal aus unserer Zitate-Seite, da sind auch sehr viele interessante Dinge drin. Ich nehme Ihnen mal ein paar Beispiele raus, und zwar schreibt die Bild-Zeitung 2006 Ungefähr ein Jahr später, wieder Bild-Zeitung, wieder große Titelseite, Geheimer Klimabericht, wir haben nur noch 13 Jahre. 2007 plus 13, können Sie sich alle ausrechnen, ich hoffe, Sie haben Ihre Testamente schon entsprechend beim Notar hinterlegt. Die sind dann auch nicht mehr. So, richtig. Und ja, das ist sozusagen jetzt erstmal ein Exkurs der Hysterie in den Massenmedien, von denen es, wie gesagt, tausende weitere Beispiele gäbe, unter anderem auch vom Spiegel. Aber wir kommen noch mal zu zwei Figuren, zwei Klimaforschern, die also namentlich sehr bekannt sind und deren Schriften und Aussagen auch im Mainstream und besonders in der Politik immer wieder für Furore sorgen. Das eine ist der Klimaforscher Mojib Latif, den Sie vielleicht schon kennen. Der hat gesagt, im April 2000, Winter mit starkem Frost und viel Schnee, wie noch vor 20 Jahren, wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Das ist so seine Voraussage. Wie gesagt, wir wissen alle, 2017, Ende 2017, wir haben noch gut zwei Jahre. Also schaffen Sie sich keine neuen Wintermäntel an, das hat einfach keinen Sinn mehr. So, eine zweite Figur, die ich Ihnen da noch mal nennen will und die auch sehr bekannt ist, ist der Hans-Joachim Schellenhuber. Das ist der Klimaberater der Bundeskanzlerin. Er hat sich auch bereits verdingt als Klimaberater der EU-Kommission und des Papstes. War auch, glaube ich, kürzlich bei Menschen bei Maischberger zu sehen in dieser Quasselrunde. Und der Mann ist der Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, PIK. Also das ist eben dieses Institut, was auch in ganz vielen Fällen immer als die höchste Klimaautorität genannt wird. Er ist natürlich Mitautor und Mitberater des Weltklimarates. Und der hat, das will ich Ihnen auch noch ganz kurz vorlesen, der hat gesagt in einer Zeitschrift mit dem Namen Weitblick, Januar 2007, die Beweisaufnahme im Indizienprozess ist abgeschlossen, Der Täter ist überführt, der Mensch verändert das globale Klima. Jetzt können wir nur noch das Strafmaß, das Ausmaß an Schäden beeinflussen. Es lohnt sich, um jedes Grad, ja jedes Zehntelgrad vermiedene Temperaturerhöhung zu kämpfen. Wir brauchen eine dritte industrielle Revolution. Also einerseits die Schuldzuweisung an uns und andererseits eben auch schon die Lösung, also eine tiefgreifende industrielle Revolution bzw. Transformation. Das sozusagen nun mal ganz kurz als Einstieg. Ich klappe das zu und sage noch einige weitere allgemeinere Dinge. Zu dieser Ausgabe, also mit dieser 84 Seiten starken Ausgabe, hat die Kompaktredaktion ja sich an ein Thema herangewagt, das so in dieser Form meines Wissens nach noch gar nicht von irgendeinem Printmagazin aufgenommen worden ist. Und wir erheben mit dieser Ausgabe auch den Anspruch, die ganze Komplexität dieses Themas für jedermann verständlich und vor allem auch nachprüfbar darzulegen, was natürlich eine große Aufgabe ist. Und unterstützt wurden wir dabei eben nicht nur von einer Reihe begabter, kritischer Journalisten, wie zum Beispiel Gerhard Wisniewski, sondern vor allem von namhaften Experten, wie eben dem Herrn Thüne, dem Klimaforscher Dr. Horst Malberg aus Berlin und dem Europäischen Institut für Klima und Energie, EIKE. Und diesem Institut möchte ich hier an der Stelle nochmal meinen ganz besonderen Dank aussprechen dafür, dass wir bestimmte Hilfestellungen bekommen haben, bestimmte Autoren bekamen und auch ein Interview mit dem Präsidenten von EIKE, dem Holger Tuss, abdrucken durften, das doch sehr erhellend ist. Ja, diejenigen von Ihnen, die die Ausgabe bereits in Händen halten, werden bemerkt haben, dass sie sich in fünf Kapitel gliedert. Das erste Kapitel ist überschrieben mit dem Titel Prominente Gegenstimmen und soll für den Leser von Anfang an deutlich machen, der immer wieder beschworene Konsens der Wissenschaft, nachdem ja mindestens 99, wenn sogar nicht sogar 100 Prozent aller Klimaforscher weltweit der Meinung sind, dass die Debatte um den Klimawandel eigentlich längst vorbei ist. Dementsprechend eben keinerlei Zweifel an der These vom menschgemachten Klimawandel mehr bestünden. Diese These ist falsch, was wir eben durch die vielen Gegenstimmen zeigen. Ja, die These ist falsch und das Gegenteil ist richtig, könnte man sagen, und das zeigt Ihnen auch dieses Kapitel, denn die Zweifel am Prophezeiten Klimakollaps der Erde und der Schuld des Menschen sind eben keineswegs ausgeräumt. Man hat sie lediglich, soweit ich das beurteilen kann, und Sie können es dann eben hier nachlesen, aus der öffentlichen Debatte verbannt. Klimarealisten und Kritiker, so etwa der ehemalige Hamburger Umweltsenator Dr. Fritz Fahrenholt, die werden als Ketzer, Klimaketzer, als Scharlatane bezeichnet und ausgegrenzt aus der öffentlichen Diskussion, ja oftmals sogar als Klimaleugner bezeichnet, was ja völlig unsinnig ist, weil niemand den Klimawandel als solchen leugnet, sondern nur die Frage, ist der Mensch die treibende Kraft dahinter? Also die Assoziation zu einer anderen Form von Leugnern ist hier, glaube ich, nicht zufällig gewählt und rückt auch die entsprechenden kritischen Stimmen in so ein schummriges Licht, würde ich mal sagen. Und ja, in diesem ersten Kapitel finden Sie eben nicht nur die Aussagen prominenter Politiker, die sich dem Klimawahn widersetzen, weil sie eben wie der ehemalige Präsident zum Beispiel der tschechischen Republik, Václav Klaus, die Freiheit und nicht das Klima bedroht sehen, sondern Sie finden da auch haufenweise Zitate von Wissenschaftlern weltweit, zum Teil sogar von ehemaligen Mitgliedern des Weltklimarates IPCC selber, die ja irgendwann in ihrem Gewissen folgend aus der Sekte der Klimagläubigen aussteigen mussten, weil sie bemerken, dass sich dieses Gremium gar nicht der Wahrheitsfindung, sondern einer politischen Agenda verschrieben hat und die eigenen Berichte ganz bewusst, ja, ich zitiere mal da einen Kritiker, in Richtung Alarmismus abdriften lässt. Es gibt also sehr interessante Sätze, auch in diesen Berichten des Weltklimarates, in denen selber schon erklärt worden ist, dass das Wetter ein, Zitat, nicht lineares Phänomen ist und deshalb Voraussagen über lange Zeiträume nicht möglich sind. Solche Aussagen von ehrenhaften Klimawissenschaftlern landen dann aber nicht in der Kurzfassung des Berichts, die man den Politikern zuschiebt. Da bleibt dann immer nur der Alarmismus übrig. Und ja, Kapitel 2, das wäre dann Kapitel 1, Kapitel 2 steigt dann in die wissenschaftliche Diskussion des Themas ein. Hier geht es dann also zur Sache, ja, alle Fragen und Schreckensmeldungen zum Thema CO2, Globaltemperaturanstieg, Meeresspiegelanstieg, Treibhauseffekt, zur vermeintlichen Gletscherschmelze, die wir ja global beobachten, angeblich dem Aussterben der Eisbären, der angeblichen Ausbreitung von Wüstengebieten und Wetterextremen. Das wird hier alles sozusagen aufgenommen, nochmal sachlich analysiert. Dann schauen wir uns die Fakten dazu mal genau an. Und ich würde dieses Kapitel, dieses zweite Kapitel, auch selbst als das Herzstück dieser Ausgabe bezeichnen und will hier auch gar nicht viel vorwegnehmen. Nur das eine möchte ich dazu sagen. Also im Volksmund sagt man ja gerne, dass jede Lüge, also in dem Fall die Klimalüge, auch ein Körnchen Wahrheit enthält. Mir persönlich ist es nach der Arbeit an diesem Heft und auch der intensiven Beschäftigung mit diesen vielschichtigen Problemen immer schwerer gefallen, dieses Körnchen zu lokalisieren. Wenn CO2 nämlich kein Killergas ist, der Treibhauseffekt, so wie er heute verstanden wird, gar nicht in dem Sinne existiert. Eine mittelalterliche Wärmeperiode vom Weltklimarat sogar erwiesermaßen wegmanipuliert werden musste und die Sonne, nicht der Mensch, einen entscheidenden Einfluss auf die Erdtemperatur hat, dann fragt man sich doch, was dann übrig bleibt von der These des menschgemachten Klimawandels. Vielleicht so viel wie von den Horrorszenarien der Vergangenheit, Waldsterben beispielsweise oder das Ozonloch oder BSE oder ähnliche Säule, die man dann in gewisser Regelmäßigkeit durch das globale Dorf treibt. Unwillenkürlich stellen sich hier einige Fragen. Also was soll das alles? Gesetz den Fall, der Verdacht träfe zu und die globale Klimaagenda ist tatsächlich nicht der Versuch, besorgter und durchweg ehrlicher Forscher und Politiker den Planeten zu retten, sondern eben ganz im Gegenteil eine rein politische Agenda. Man muss sich ja dann fragen, wozu das alles? Was soll das? Kapitel 3 dieser Spezialausgabe will genau auf diese Frage zumindest einen Teil der Antwort liefern, indem hier die oftmals doch auch in solchen Zusammenhängen erhellende Frage nach dem Cui Bono gestellt wird. Wer profitiert vom Klimawandel? Wer profitiert vom Klimawahn, von der Angst, von der großen Transformation der Energiewirtschaft auch, die uns ja nach wie vor ins Haus steht, von CO2-Abgaben und dem allgegenwärtigen schlechten Gewissen? Das sind alles so Fragen. An diesem Punkt bemühen viele Kritiker gerne mit auch einem gewissen Sarkasmus, eine quasi religiöse Metaphorik, die besonders von den Menschen der industrialisierten Länder als Klimasünder spricht, den zerstörerischen CO2-Ausstoß des Menschen als vermeintlich neue Erbsünde bezeichnet und den Emissionshandel, der ja floriert, wie man hört, als neuen Ablasshandel treffend beschreibt. Dieses Kapitel, dieses dritte Kapitel, benennt allerdings nicht nur diejenigen, die finanziell von den heute in Anschlag gebrachten klimapolitischen Maßnahmen profitieren. Maßnahmen, die übrigens manch einer schon als Öko-Kommunismus und als planwirtschaftlich bezeichnet. Auch werden hier die politischen Profiteure benannt, etwa der Weltklimarat selbst oder eben der Eliten-Zirkel Club of Rome. Da habe ich einen eigenen speziellen Artikel im Heft zugeschrieben. Dieser Club of Rome, der macht ja hin und wieder mal Schlagzeilen. Jetzt gerade ist ein neuer Bericht rausgekommen, den Erich von Weizsäcker als Herausgeber verantwortet. Und dieser Club von elitären Herren, der ruft zum Schutz des Klimas, zum Schutz des Weltklimas schon mal auf, auf Nachwuchs zu verzichten, auf Kinder zu verzichten. Denn Kinder sind die größten Klimasünder. Also besonders weiße Kinder in unseren industrialisierten Ländern. Das können sie gar nicht mehr gut machen, wenn sie so ein Kind in die Welt setzen. Das produziert so viele Tonnen CO2, das wird katastrophal. Das kann ich Ihnen sagen. Und globale CO2-Steuer und solche Vorschläge kommen vom Club of Rome, der ja bekannt geworden ist 1972 mit seinem Bericht Die Grenzen des Wachstums. Das haben ja viele von Ihnen sicherlich schon mal gehört. Auch da wurden ja von diesem Club schon viele Schreckensmeldungen verbreitet. Da hat man das Ende des Erdöls vorausgesagt und ähnliche andere Geschichten, die nie eingetroffen sind. Aber es ist eben die Zentrale des Weltalarmismus, sozusagen. Kapitel 4 stellt sich eben logisch folgend die Frage, wer bezahlt das eigentlich alles? Wer bezahlt diesen Klimawahn? Wer bezahlt auch die Energiewende? Wer bezahlt den Ablass? Dreimal dürfen Sie da raten? Sie. Deutschland führt mit einem heute schon bei rund 30 Cent pro Kilowattstunde liegenden Strompreis die Weltrangliste an. Ich glaube, es gibt nur ein Land in Europa, das teurer, in Sachen Strompreis, teurer ist als Deutschland. Das ist, glaube ich, Dänemark oder so. Und ja, die Kosten der energiepolitischen Transformation, die auch gerade bei den Jamaika-Verhandlungen, Sie kriegen das ja mit, zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen zur Chefsache gemacht werden. Diese Kosten tragen wir natürlich alle. Und ganz besonders hart trifft es hier, wie immer, die ärmeren Leute. Das haben Sie vielleicht auch gelesen, dass im Jahre 2016, da sind jetzt die Zahlen kürzlich mal veröffentlicht worden, über 330.000 Haushalte ohne Strom waren. Also über 330.000 Haushalten wurde der Strom abgestellt, weil es räumige Zahler waren. Sie konnten sich das nicht mehr leisten. Da wurde es dann knapp am Monatsende und dann wurde es auch kalt in der Wohnung. Und weit über eine Million, so hört man, erhielten zumindest die Drohung, dass es abgeschaltet werden könnte. Und das Ganze spielt sich ab, nicht in Burkina Faso, sondern schon in Deutschland. Das ist ein bisschen, also auch die Zahl, finde ich, interessant. Und es hat eben, wenn man sich anschaut, wie viel im Strompreis, wie viel da an EEG-Umlage drinsteckt, dann hat es schon ganz deutlich was damit zu tun. Nun könnte man jetzt sagen, okay, die Energiewende ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, das, wenn es denn gelingt, alle Mühen und Härten wert sein wird. Doch ist das so? Ist die zwanghafte Zerstörung der energetischen Versorgungssicherheit, von der manch einer spricht, etwa durch den Atomausstieg und den Kohleausstieg, ist das ein guter Weg? Wird man alleine mit Wind- und Wasserkraft eine moderne Industrienation lebendig halten können? Oder wird Deutschland, ist der Transformationsprozess erstmal abgeschlossen, nicht nur stärker als je zuvor von Energieimporten des Auslands abhängig sein, sondern aufgrund der politischen Verbote auch noch seinen Spitzenplatz in Sachen Forschung und Entwicklung verlieren? Das sind so gewisse Befürchtungen, die so in die Richtung gehen. Diese und weitere Fragen muss man sich da, denke ich, stellen. Und die haben wir uns gestellt und die finden Sie auch in diesem Heft. Ganz kurz zum Schluss, das Kapitel 5 trägt den einfachen Titel Alternativen. Es gibt einen Einblick in Gedankengänge, die vom Klimawahn und mittlerweile allgegenwärtigen Denkverboten weitestgehend zugeschüttet worden sind. Wussten Sie etwa, dass Deutschland gemeinsam mit Japan die saubersten und effizientesten Kohlekraftwerke der Welt betreibt und das noch bessere, noch sauberere von unseren Ingenieuren konstruiert und gebaut werden könnten, wenn man sie nur lässt. Dass man das nicht will, den einzigen Rohstoff, den Deutschland übrigens besitzt, nämlich die Kohle, lieber in der Erde lassen möchte, sagt aus meiner Sicht nicht nur einiges über die Widersprüchlichkeit des sogenannten Klimaschutzes, sondern auch über gewisse politische Kräfte, denen die Souveränität Deutschlands, in diesem Fall jetzt die energiepolitische Souveränität immer ein Dorn im Auge war und bis heute ist, wie mir scheint. Darüber hinaus haben Sie eigentlich jemals gehört vom sogenannten Thorium-Reaktor, einer Atomtechnologie aus Deutschland, die niemals Serienreife erreichte, obwohl sie die Risiken und auch die Probleme heutiger Kernkraftwerke minimieren würde. Ja, warum wurde diese auch laut Herrn Dr. Fahrenholt vielversprechende Technik nie zu Ende entwickelt? Das sollten Sie alles im Heft nochmal nachlesen, das sind spannende Fragen und ich glaube, es gäbe hier noch vieles zu sagen, ich habe jetzt vieles auch nur exkursartig angerissen, es gäbe noch den ein oder anderen Querverweis hier anzufügen, doch ich will es dabei erstmal bewenden lassen und dann auch nach einigen, wenigen Minuten Pause, wo Sie sich vielleicht nochmal was Neues zu trinken besorgen können, auch das Feld hier räumen für jemanden, der wirklich vom Fach ist und der selbstredend ganz anders über das Thema sprechen kann als ein Vertreter meiner Zunft und ich bedanke mich an der Stelle schon mal ganz herzlich für Ihr Interesse und dafür, dass Sie heute hier reingeschneit sind und genau, wir machen so zwei, drei Minütchen Pause, Sie werden verkabelt und dann geht es weiter. Dankeschön. Und ich sage, wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Es kann kein Zweifel sein, die Altparteien, die lösen unser Deutschland auf, ob sie das willentlich machen oder weil sie einfach zu blöd sind, um Politik zu betreiben. Sie lösen unser Deutschland auf wie ein Stück Seife unter einem lauwarmen Wasserstrahl, aber wir werden diesen Wasserstrahl jetzt abdrehen. Wir sind Patrioten und wir kämpfen für unser Land. Wir haben Kraft und Mut und wir werden diesen Kampf politisch auch gewinnen. Gemeinsam haben wir den Mut, zu Deutschland zu stehen. Gemeinsam werden wir unsere Stimme für Deutschland erheben. Es gibt drei Elemente, die wir brauchen. Das eine ist der parlamentarische Arm, was in Deutschland die AfD ist. In Österreich ist es in dem Fall die FPÖ vom HC Strache. Wir haben den zweiten Arm, das ist Pegida. Wir müssen auf der Straße den Druck erhöhen. Und dann gibt es einen dritten Arm, das ist die Identitäre Bewegung. Das sind die sogenannten Aktionisten, die Aktivisten, die wirklich was tun. Und wenn diese drei Arme Hand in Hand von vorn in Arm gehen, dann werden wir was bewegen in dem Land. Und die Vertreter der Gewerkschaft oder der Gewerkschaften sind die vordersten Kämpfer, um den Nationalstaat auszuhöhlen, zu zerstören. Sie sind die nützlichen Idioten von den Globalisierungen, also im Prinzip die nützlichen Idioten von Großkapital, von den großen Konzernen und von den Finanzoligarchen. Wir haben heute einen Ideologiestaat, einen antidemokratischen, ideologischen Staat, der die Macht in diesem Land übernommen hat und die Politik in Geißlauf setzt. Wir brauchen den Sturz des Merkel-Regimes und den Übergang zum Schweizer Modell mit der pläbistitären direkten Entscheidung des Volkes als gleichberechtigte zweite Säule des Staates. Zunächst einmal etwas zu meiner Person. Wer auf meine Brust geschaut hat, hat schon hier eine Eltschaufel gesehen. Also ich bin in Ostpreußen geboren. 1944 sind wir vor den Russen abgerückt. Dann haben wir bis 1948 nicht weit weg von hier in Kosbar in Sachsen bei Delitz Eilenburg gelebt, bevor wir dann 1948 weiter in den Westen gewandert sind. Doch bin ich dann zur Schule gegangen, habe 1962 Abitur gemacht und dann war es kein göttlicher Wink, dass ich Mythologie studiert habe wie bei Martin Luther. Das wissen Sie wahrscheinlich in der evangelischen Kirche war das weitgehend unbekannt, dass Martin Luther ja Jura studiert hat. Und er ist dann während des Studiums nach Hause zu seinen Eltern und wurde dann auf freiem Feld von einem sehr heftigen Gewitter überrascht. Und aus lauter Todesangst hat er dann Gelübnis abgelegt, dass er dann Theologie studiert und Mönch wird. Also bei mir war dieses erleuchtende Ergebnis nicht da. Ich habe zuerst in Köln angefangen zu studieren, dann bin ich nach Berlin gegangen und habe 1967 mein Diplom gemacht. Danach bin ich zum Deutschen Wetterdienst nach Offenbach, auf der Vondarlaufbahn, zweites Staatsexamen und dann war ich in der Analyse und Vorhersage Zentrale. Als ich Meteorologie studierte, 1962, war das noch ein Handwerk. Man musste die Wetterkarten selbst zeichnen, man muss sich die Wettermeldungen selbst holen, entschlüsseln, die Karten einzeichen, analysieren und so weiter und so machen. Das geht alles den heutigen Studenten ab, die bekommen eine vorgefertigte, geplottete Karte, haben keine Zeit mehr gehabt, nachzudenken, sie kommen vom Computer eine Prognose geliefert, müssen die dann nur noch interpretieren, aber das ist ja nur ein Teilbereich der Mythologie. Jedenfalls, ich war beim Deutschen Wetterdienst, dann, mein nächster Schritt war dann, von 1971 bis 1986 war ich dann im ZDF freiberuflich als Mythologe, habe die Wetterkarte moderiert, wo die Inge Niedeck oder der Dieter Wald oder heute der Gunther Tiersch noch die Wetterkarte darstellen. Dann bin ich vom Wetterdienst weggegangen, in den Umweltschutzbereich und zwar in den Dienst des Landes Rheinland-Pfalz und habe das Landesamt für Umweltschutz ab 1974 aufgebaut. Das ZDF habe ich weitergemacht bis 1986, also 15 Jahre. Insofern kann es sein, dass der ein oder andere älteren Semesters mich auch noch, auch hier in Wittenberg im ZDF vor der Wetterkarte gesehen hat. Dann habe ich aus lauter Langeweile noch ein Zweitstudium gemacht, neben dem Beruf und habe Soziologie, politische Wissenschaften studiert und danach, nach der Promotion, bin ich ins Ausland gegangen für einige Jahre. Ich war Repräsentant der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brasilien, für Brasilien, habe mich dort auch Umweltthemen gewidmet und bin 1990 dann wieder aus Brasilien zurückgekommen und dann im Umweltministerium des Landes Rheinland-Pfalz gelandet, wo ich dann ganz regulär mit 65 Jahren 2007 in Pension gegangen bin. Ich hatte ein sehr interessantes Referat, naturwissenschaftlich-technische Grundsatzfragen der Umweltpolitik und da ich aus Ostpreußen nicht viel mitgenommen habe, nur einen Leitspruch von Immanuel Kant, habe ich das auch im Ministerium beherzigt, denn als Beamter muss man ja auch ein Eid schwören, dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen und nicht irgendeiner Partei und nicht irgendwelchen opportunistischen Bestrebungen. Mein Grundsatz ist ein Satz von Immanuel Kant, der wurde gefragt, was ist Aufklärung? Und Immanuel Kant hat gesagt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, um dich aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Das sagt eigentlich alles. Diesen Mut muss man auch haben und durchstehen. Das ist nicht immer bequem, nicht immer einfach, aber es geht. Wie Sie an mir sehen, ich bin jetzt fast zehn Jahre im Ruhestand und bin ich im Knast gelandet, bin ich am Galgen gehängt, es wurde ja für Klingauer Leugner schon gesagt, die müssten bestraft werden, Todesstrafe und so weiter und so fort. jetzt möchte ich an wenigen Begriffen Ihnen die Unmöglichkeit des Klimaschutzes, die Unmöglichkeit der Klimakatastrophe darlegen. Das ist ganz einfach. Keiner hat ja bisher Klima irgendwo in der Natur erlebt. Sie kennen alle den Spruch, kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. Das Wetter ist souverän, das Wetter ist nicht menschen gemacht, nirgendwo auf der Erde und das Klima gibt es erst offiziell seit 1935. Fürs Wetter gibt es keine Definition. Man hat sich gerettet, in der Wissenschaft sagt, das Wetter ist der augenblickliche Zustand der Atmosphäre. Aber der Augenblick kann in zwei Sekunden schon wieder vorbei sein. Das Wetter ist ein kontinuierlich über Jahrmillionen sich verändernder Naturvorgang, auf den der Mensch überhaupt nicht den geringsten Einfluss hat. Das Wetter ist übrigens das Erste, was man in der Wissenschaft digitalisiert hat. Das Wetter ist ja keine Zahl. Man kann das Wetter nicht fassen. Man kann es bestenfalls beschreiben und jeder beschreibt das Wetter auch anders. Und das Wetter wurde erst fassbar, als Luftdruck gemessen werden konnte, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und so weiter. Als die meteorologischen Messinstrumente erfunden waren, fing man an, Wetter nicht in seiner Totalität zu erfassen, sondern in einzelnen Elementen. Und zu den Wetterelementen hat noch nie und auch heute nicht das Kohlenstoff Dioxid Molekül gehört. CO2 war für mich als Metrologer bis vor einigen Jahren völlig unbekannt. Das hat mit Wetter nichts zu tun. Heute habe ich 30 Grad und Südwind, morgen habe ich 15 Grad und Nordwestwind. das liegt nicht daran, dass plötzlich das CO2 in der Atmosphäre verschwunden wäre. Das liegt an der Änderung der Windrichtung. Man redet ja auch vom Charakter der Luftmassen. Luftmasse wird vom Boden her geprägt. Und das Wichtigste ist, sich eines zu merken. die Sonne ist der einzige Strahlungs- und Energiegeber, die alles Leben auf der Erde hat. Die Sonne bestimmt unseren Rhythmus im Wechsel von Tag und Nacht, im Wechsel der Jahreszeiten und im Wechsel der Jahreszeiten ändert sich der Höhenwinkel der Sonne. Je höher die Sonne steht, umso länger werden die Tage, sinkt die Sonne wie jetzt, werden die Tage immer kürzer, der Sonne kommt kaum noch 25 Grad über den Horizont, im Hochsommer sind es 65 Grad und das bedeutet natürlich, dass ich andere Strahlungsintensität habe. Also insofern, die Sonne ist der Motor für alles geschehen und die Erde ist nur der Empfänger der Sonnenenergie und wo die Erde viel Sonnenenergie empfängt, am Äquator ist sie natürlich wärmer als wo sie wenig Energie empfängt oder in einem ganz flachen Winkel an den Polen und das ist diese Voraussetzung, die Differenz der Temperaturen ist Voraussetzung, dass sich Luft in Bewegung setzt. Am Äquator ist der Motor der Atmosphäre. Hier habe ich die stärkste Sonneneinstrahlung, hier habe ich die stärkste Konvektion, warme Luft, wird leichter, steigt auf, archimedische Prinzip, wandert dann von dem Äquator zum Nordpol und zum Südpol, kommt aber nie an, weil es auch eine Kraft gibt, die ablenkende Kraft der Erdrotation, während die Luft vom Äquator gegen Norden wandert, dreht sich die Erde weiter und das Luftteilchen wird nach rechts abgelenkt, das wussten die Griechen nicht, die subtopische Hochzugzone ist eine reine dynamische Zone, die, wie gesagt, auch noch eine Gliederung der Atmosphäre führt. Alles wird von der Sonne gesteuert, nichts macht der Mensch und das Wetter war Millionen und Abermillionen Jahre schon da, bevor der Mensch oder der nackte Affe hier die irdische Bühne betrat. Und der nackte Affe hatte Probleme. Er war nackt. Was bedeutet das? Er hatte kein Fell mehr. Nehmen Sie einen Vogel, der nackt ist. nehmen Sie eine Gans und rupfen die im Winter und lassen die in die freie Natur die ist. Nur kann man nichts tot. Und der Mensch genauso. Jeder Körper hat eine Temperatur und jeder Körper, der eine Temperatur hat, strahlt Energie ab. Wärmeenergie. Die sieht man nicht. Heute kann man die unsichtbare Wärmestrahlung sichtbar machen durch Infrarot Kameras, Wärmebild Kameras. Aus dem Weltall wird Spionage über Wärmebild Kameras betrieben. Und was empfangen die Wärmebild Kameras? Die Temperatur Strahlung der Erde. Und deswegen kann man auch Temperaturen vom Weltraum messen, der Erdoberfläche. Das nennt man berührungslose Temperaturmessung. Wichtig ist die Erkenntnis, die Sonne ist die Energiequelle, der Erdboden empfängt die Energie und der Erdboden wandelt die kurzwellige Sonnenenergie um in eine langwellige unsichtbare Wärmestrahlung. Und es wird dann behauptet, dass die Erde sich erwärmen würde. Kein Körper kann sich mit der ihm eigenen Energie erwärmen. Wir verlieren ständig Energie und der Mensch insbesondere. Wir müssen Essen, wir müssen Energie gewinnen, um unseren Energieverlust durch Wärmestrahlung auszugleichen. Um unsere Körpertemperatur, unsere Betriebstemperatur bei etwa 37 Grad konstant zu halten. Das ist ein A und O, da gibt es gar keinen Zweifel dran, da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln. Und wenn jetzt gesagt wird von Klimaexperten, die Erde würde sich erwärmen, dann ist das per se Unsinn. Da braucht man gar nichts dran zu rütteln, gar nicht dran zu zweifeln, das ist Unsinn. Kein Körper kann sich von selbst erwärmen. Wie gesagt, wir brauchen Nahrung und aus der Nahrung holen wir Energie. Was für Energie holen wir? Sonnenenergie. Sonnenenergie, die die Pflanzen vorher aufgenommen haben, für die Photosynthese. Die Photosynthese Gleichung sagt ja CO2, das Kohlenstoffdioxid, plus H2O, plus Hny, das das Sonnenlicht, ergibt Traubenzucker plus Sauerstoff. Das heißt, die Photosynthese ist ein Prozess, wo anorganische Stoffe, CO2 plus H2O, mithilfe des Sonnenlichts, in Nahrungsmittel umgewandelt werden und wobei noch Sauerstoff abgespalten wird, den Sauerstoff, den ich einatmen muss, damit ich die Nahrung in meinem Körper verbrennen kann. Ob ich ein Salatblatt verbrenne oder eine rote Rübe oder ein Steak oder was auch immer, alles was ich esse, muss ich verbrennen und was kommt raus aus meinem Mund? Wasserdampf und CO2 und zwar nicht so wenig, in der Luft sind 0,04% und und wenn ich die ausgeatmete Luft messe, habe ich plötzlich 4% CO2 und 4% O2, Sauerstoff, fehlen. Das heißt, ich entnehme oder gebe der Natur exakt die zwei Stoffe Wasserdampf und CO2, die die Natur, die grünen Pflanzen, wiederum brauchen, um zu wachsen und Nahrung für uns Menschen zu erzeugen. Das ist der Sinn des CO2. Diese 0,04% haben keinen anderen Zweck in der Natur als, wie gesagt, Leben zu erhalten oder Nahrung zu schaffen für Tier und Mensch. Und wenn jetzt einer eine CO2, wie die Grünen das ja gerne tun, eine CO2-Atmosphäre fordert, aus Angst vor der Klimakatastrophe, dann kann ich nur sagen, der ist bekloppt. Denn ohne CO2, dieses bisschen, was wir haben, gäbe es keine grünen Pflanzen, gäbe es keine Nahrung, weder für die Bienen noch für die Hühner, für die Ensel, für die, und so weiter, aber keine Nahrung für Tier und auch keine Nahrung für den Menschen. Das wäre ein globaler Genozid. Im Endeffekt gedacht. Also wir wollen das Klima retten, das Klima schützen, den Klimawandel stoppen, mit einer Maßnahme, die letztendlich das Leben kostet. Ist das der Preis wert? Und, noch schöner, einer nimmt überhaupt keine Rücksicht auf diese ganze Politik. das Wetter. Das Wetter ist souverän. Ja, und von dem souveränen Wetter habe ich auch was abgeguckt. Ja, wenn man sich 50 und 55 Jahre, wie bin ich, mit dem Wetter befasst, wird man demütig. Ja, man wird nie übermütig und hochmütig. Ich kann heute eine tolle Vorhersage machen, die nächste Woche liege ich voll daneben. und das, obwohl ich mich beide Mal angestrengt habe. Das Wetter ist ähnlich dem Menschen. Was weiß ich, was auf das Wetter in den 24 Stunden, wenn ich abends vor der Kamera gestanden habe und morgens aufwache, war ich immer froh, wenn es einigermaßen stimmte. Man hat ja auch eine Verantwortung. Nicht, und allein ihre Heiterkeit sagt ja, dass im Grunde genommen dieses ganze Gehabe um Klimaschutz eine Politik ist, um Mitteln der Angst, Menschen gefügig zu machen und Menschen, wie auch schon angedeutet, zum Ablasshandel zu bewegen. Gibst du mir Geld, schütze ich das Klima, wissend, dass ich überhaupt nichts zu tun habe. Seit 1986, seit über 30 Jahren hängt das Damoklesschwert Klimakatastrophe über unseren Häuptern und senkt sich nicht, obwohl wir am Anfang gesagt haben, wir haben noch fünf Jahre, wir haben noch zehn Jahre, jetzt sind wir weiter, dann kommen die 13 Jahre, die sie so genüsslich vorgeführt haben, also 2007 plus 13 sind 2020, aber jetzt plant man schon für 2050, 2070, 2100, das ist reine Kaffeesatzleserei, in Norddeutschland würden wir sagen, Spökenkikerei. Das heißt, man macht Angst vor etwas, was es gar nicht gibt. Ich habe gesagt, die meteorologischen Messinstrumente wurden erfunden und dann fing der Mensch an zu messen. Der erste, der mit Messinstrumenten durch die Welt zog, war der Alexander von Humboldt. Der hatte überall mitgenommen, auch bei seiner Südamerika-Tournee und so weiter und so fort und er hat auch damals festgestellt, wenn er in den Berghardauf ging, dann nahm die Temperatur ab und hat gesagt, in 6000 Meter Höhe habe ich genau dieselbe Temperaturabnahme, als wenn ich von 20.000 Kilometer vom Äquator zum Norddeutsch gehe. Das ist die Temperaturabnahme mit der Höhe und in 6 Kilometer Höhe soll ja irgendwie eine fiktive Glasschicht sein, die alle Wärmestrahlung der Erde abfängt und zur Erde zurückstrahlt. Und natürlich, klar, ich kann einen Spiegel gucken und kann mich schöner finden, als ich in den Spiegel eingestrahlt habe. Und so wird hier eine Erwärmung konstruiert, denn wenn da wirklich ein Spiegel wäre, der würde nur das an Energie zurückgeben, was er vorher empfangen hat. Wenn ich 100 Euro in die Luft blase und da kommt ein starker Wind und da ist auch ein bisschen Hartgeld dazwischen, sagen wir 50% Hartgeld, dann fällt das Hartgeld auf mich zurück und die Scheine sind weg. Es werden dadurch nicht reicher. Und hier wird uns gesagt, die Wärmestrahlung macht uns reicher, macht die Erde wärmer. Worauf beruht dieses Märchen? Das ist auch wiederum auf einer Lüge. Es wird gesagt, es gäbe ein Strahlungsgleichgewicht zwischen Sonne und Erde. Was Gleichgewicht ist, weiß ja jeder. Eine Waage, da müssen auf beiden Seiten gleiche Gewichte sein, damit die Waage waagerecht liegt. Gleichgewicht im thermischen Sinne bedeutet, dass nur zwei Körper im Strahlungsgleichgewicht stehen können, wenn beide die gleiche Temperatur haben. Aber haben Erde und Sonne die gleiche Temperatur? Also ist schon vom Gedanken her. Dann wissen wir seit Nikolaus Kopernikus, er hat ja das heliozentrische Weltbild geschaffen, bis dahin hat man gesagt, die Erde ist der Mittelpunkt, geozentrisch und auf einmal war diese Erde nicht mehr im Mittelpunkt, sondern nur noch die Sonne. Das hat natürlich auch religiöse Probleme gegeben, aber das will ich nichts sagen, mit Galileo und Giordano Bruno und so weiter und so fort. Entscheidend ist, dass wir bis heute dieses nicht sprachlich umgesetzt haben. Wir wissen, dass die Erde sich um die eigene Achse dreht, Tag-Nacht-Rhythmus, wir wissen, dass die Erde sich um die Sonne dreht, mit einem Winkel, 23,5 Grad, schiefe der Ekliptik, der die Jahreszeiten erzeugt, das wissen wir alles, aber wir sagen immer noch, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, also ob die Erde im Mittelpunkt steht. Die Sprache ist träge und sie wird wahrscheinlich in Generationen werden wir noch sagen, die Erde, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Obwohl die Erde sich vor der Sonne, die Sonne steht und der Strahlungskegel der Sonne und wir drehen uns die Erde im Strahlungskegel der Sonne. Da die Erde sich von Ost nach West dreht, haben wir das Gefühl, im Osten geht die Sonne auf, deswegen kommt ja auch diese Teilung in Orient und Occident, zur Sonnenuntergang oder zur Sonnenaufgang und dergleichen mehr. Also da haben wir schon zwei Punkte. Ach so, dann ist noch etwas, das wussten schon die Griechen, im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt ist die mit der Verbrennung der Bibliothek, der gigantischen Bibliothek in Alexandria auch viel Wissen mit verbrannt. Die Griechen wussten, dass die Erde, die hatten auch Sonnenfinster schon berechnet, die wussten, dass Erde eine Kugel ist, selbst die sogenannten blöden Germanen wussten das, hier die Goldscheibe von Nebra, die wussten, wann auch die Jahreszeiten sind, wann Wintersonnenwende, Sommersonnenwende ist, in Stonehenge und England genauso und ähnlich haben ja auch die Ägypter verfahren und haben auch sogar schon den Erdumfang auf fast 1000 Kilometer genau berechnet. In Ägypten ist ja einmal am 23. Grad nördlicher Breite steht die Sonne an einem Tag senkrecht und wenn man 100 Kilometer misst und dann den Winkel kann man ausrechnen so und so Kilometer so und so der Winkel bei 360 Grad und dann kann man auch den Erdumfang ausrechnen. Aber unsere Klimaexperten wollen ja etwas Sensationelles haben. Sie müssen ja den Treibhauseffekt etwas Positives abgewinnen. Das kann man ja nur durch eine Lüge. Die erste Lüge habe ich ja schon gesagt, Gleichgewicht, Strahlungsgleichgewicht zwischen Sonne und Erde. Die zweite Lüge ist, dass plötzlich die Erde wieder eine Scheibe ist. Sie sagen, die Querschnittsfläche der Erde wird von der Sonne bestrahlt und die hält die und die Menge 1368 Watt pro Quadratmeter und dann plötzlich fällt Ihnen ein, dass die Erde doch eine Kugel ist und da sagen Sie, was ja, was, Hirngespinns, das hat mit Naturwissenschaft gar nichts zu tun, das ist Esoterik hoch X, dann sagen Sie, jetzt verteilen wir diese 1368 gleichmäßig über die Erde und es ist ja so, dass die Kreisfläche oder die Kugeloberfläche genau das Vierfache von der Kreisfläche ist, also nehmen wir die Energie der Kreisfläche, teilen das durch vier und verteilen das über die ganze Erde. Wir heben Tag und Nacht auf, es gibt keine Jahreszeiten mehr, nichts, gar nichts, rein rechnerischer Vorgang, ohne irgendeinen physikalischen Sinn dahinter. und dann kommen Sie auf 240 Watt und dann rechnen Sie aus, gibt ja eine Gleichung, Stefan Bollschmanns Gesetz, S gleich, also die Strahlung ist proportional der Temperatur hoch vier, also Grad Kelvin 273 immer oder Celsius plus 273 Kelvin und dann rechnen die einfach und dann kriegen Sie eine Temperatur von minus 18 Grad und dann sagen Sie, das wäre die Temperatur der Erde, wenn es keine Treibhausgase gäbe. Aber da ist ja Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid und Methan und Lachgas und so Ozon in der Atmosphäre gibt, haben wir jetzt nicht diese minus 18 Grad, sondern plus 15 und die Differenz ist genau 33 Grad. Das wird als natürlicher Treibhauseffekt geglaubt und verkauft und auch geglaubt und darauf sagt man, ja nur Dank, Dank des Treibhauseffektes haben wir nicht diese minus 18 Grad, sondern die plus 15 Grad und das ist eine segensreiche Wirkung. Wir verdanken also den Treibhauseffekt, ja unser Leben letztendlich, unsere Nahrung, weil der liebe Gott und die Sonne hätten das ja nie geschafft, aber die minus 18 Grad habe ich hier nur deswegen, weil ich die Sonnenenergie gleichmäßig über die Erde verteilt habe, Tag und Nacht aufgehoben habe und wenn man den täglichen Gang der Temperatur mal sieht, so habe ich immer mit Sonnenaufgang die tiefste Temperatur, ich sage jetzt selbst Sonnenaufgang, die Sonne erwärmt den Boden, der Boden erwärmt in zweifacher Weise die aufliegende Luft, erstmal durch Wärmeleitung, zweitens durch Konvektion, warme Luft bekommt Auftrieb, das ist durch Durchmischung, deswegen haben wir auch schöne Cumuluswolken, Haufenwolken, am Himmelgewitter und so weiter und so fort, es hat ja alles irgendeinen physikalischen Sinn und drittens die Strahlung, wenn die Erde wärmer wird, strahlt sie stärker, und je wärmer sie im Tage wird, umso stärker strahlt sie und dann kommt irgendwann am Nachmittag die Stunde, wo die Sonne anfängt, dem Horizont sich zu neigen und die Sonnenstrahlung schwächer wird als die Ausstrahlung der Erde und dann setzt automatisch, das ist eine Bilanzrechnung, wie viel kriege ich und wie viel gebe ich, kriege ich weniger, gebe mehr, wird es automatisch kälter und diese Abkühlung hält die ganze Nacht durch, das ist der Tagesgang der Temperatur und das CO2 hat auch einen Tagesgang, der ist ja mit dem Pflanzenwachstum verbunden und der hängt auch von Harnühe, von der Sonne ab, aber der ist umgekehrt, in dem Moment morgens, wenn die Sonne aufgeht, habe ich immer den Brotkorb voll für die Pflanzen, die haben Nahrung und wenn ich abends, dann beginnt die Assimilation, die Pflanzen entziehen der Luft CO2, bauen die in Biomasse ein und abends habe ich nur noch ein Drittel dessen an CO2, was ich am Morgen hatte. 1964 ist in München eine Doktorarbeit erschienen am Forstmeteorologischen Institut, also es kann keiner heute sagen, er weiß von nichts, das ist alles bekannt, aber wir werden falsch informiert, keiner von uns kann alles nachlesen, die, die das könnten, davon haben aber nur wenige Mute, einen eigenen Verstand zu betutzen, die Rest sind Konformisten, Karrieristen, man guckt, wie ist der politische Wind, ich drehe mich nach dem politischen Wind und wenn ich nicht anecke, mache ich auch keine Fehler, dann wäre ich befördert, der, der immer quer steht, über den stolpern alle, den lassen wir halt mal ein bisschen außen vor und so weiter und so fort. So wird natürlich dann auch Mut nicht immer honoriert, das muss man einfach so sehen. Und wie gesagt, dann haben, wie gesagt, jetzt vergleichen Sie die beiden Tagesgänge. Morgens habe ich die tiefste Temperatur, den höchsten CO2-Gehalt, abends habe ich, am Tag habe ich das Maximum der Temperatur, zum Abend geht die Temperatur schon runter bis zum Sonnenaufgang. Jetzt im Winter müssen wir damit rechnen, dass ich jeden Morgen, wenn ich im Mund spazieren gehe, gucke ich, die Wege sind trocken, aber das Gras ist nass. Pfarrer Kneipp wusste das auch, Tau treten ist gesund für die Füße, Schuhe aus, Warf und es laufen. Warum ist das Gras nass? Weil auch Graswärme strahlt und der Stein daneben, der strahlt genauso. nur das Gras hat keine Wärmespeicherkapazität im Gegensatz zum Stein oder zur Wasserfläche und unterkühlt entsprechend schnell und deswegen kommt es zur Taubildung an Blättern, am Auto insbesondere und wenn die Temperatur unter 0 Grad geht, dann habe ich natürlich das Auto vereist, dann muss ich Eis kratzen. alles was man beobachtet kann man auch erklären. Nur vom Klima her kann man überhaupt nichts erklären. Und die Klimaphysik hat mit Physik gar nichts zu tun. 1935, nachdem erst mal jeder gemittelt hat, wie er Lust und Laune hat, Einstein hat mal gesagt, der liebe Gott würfelt nicht und wir können auch sagen, der liebe Gott mittelt nicht. Er macht keinen mittleren Menschen mit einem mittleren Intelligenzquotienten, mit einem mittleren Gewicht oder was auch immer. Er macht auch kein mittleres Wetter. Er macht Wetter und sonst nichts. Und das Wetter ist sehr abwechslungsreich. Und da kam er 1935 dazu, er gesagt, wir können ja das nicht vergleichen, was wir alles so gemessen haben. Wir müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Da haben die Staaten sich zusammengesetzt in Warschau und haben gesagt, okay, wir nehmen eine Zahl von 30 Jahren. In 30 Jahren haben wir so und so viel kalte Winter, so und so viel heiße Sommer, wir haben so und so viele Orkane und Stürme und was noch alles. Wir haben praktisch in 30 Jahren alles Wetter, was so vorkommen kann, drin, dann macht mehr Mittelwert. Ja, das mittlere Wettergeschehen einer 30-jährigen Periode, das nennen wir Klima. Und 1901 bis 1930, diese erste Periode, 30 Jahre, hat man als Klima-Normal-Periode bestimmt. Als ob diese Zeit, diese 30 Jahre, Anfang des 20. Jahrhunderts, normal wären für die Natur, für die Erde, die über 4 Milliarden Jahre alt ist. Das ist kein Maßstab wie das Metermaß in Paris. Das ist überhaupt nichts. Und deswegen kriegen wir heute gesagt, ja, wir müssen den Anstieg der Globaltemperatur, was das ist, weiß sowieso kein Mensch, den können wir manipulieren, wie man Lust und Laune hat. Den Anstieg müssen wir auf 2 Grad, bestenfalls sogar an 1,5 Grad begrenzen. Aber von welcher Ausgangsbasis, wird auch nicht gesagt. Was ist vorindustriell? 1800, ja, die Industrialisierung setzen wir ab 1850 an, man kann auch schon sagen, 1800, die Dampfmaschine ist noch früher erfunden worden. Ja, aber was ist dann vorindustriell? Ist das die kleine Eiszeit? Wollen wir wieder zurück? Wollen wir wieder Pest und Cholera und Glaubenskriege und Missernten und was noch alles? Oder vorindustriell ist auch das Klimaoptimum des Hochmittelalters, als die Wikinger plötzlich auszogen und die Welt eroberten? Die Wikinger waren an der Weichsel, haben eine spätere Polen gegründet, sie waren in Novgorod bis zum Schwarzen Meer runter, haben Mosland gegründet, sie waren Nordafrika, sie waren in Mainz mit ihrem Boden, sie waren in Paris, sie haben Island entdeckt, Island genannt, sie waren dann weiter um das Jahr, kurz vor dem Jahrtausend in Grönland, haben es Grünland genannt, sie waren auch dann in Neufundland gewesen, haben das Winnland genannt, das heißt nicht Kolumbus hat 1492 die USA entdeckt, es waren schon die Wikinger gewesen, davor war es wieder eine Art kleine Eiszeit, das nennt man Pessimum der Völkerwanderungszeit, als die Germanen aus dem Kalten Norden abhauten aus Gotland, die Burgunder und die Wanderalen und das fing an mit den Kimmern und Teutonen aus Jütland und die haben das letztendlich das Imperium Romanum zu Fall gebracht. Davor zur Römerzeit war es auch wesentlich wärmer. Die Römer haben ja Weinanbau und Olivenanbau nach England gebracht und das hat funktioniert. So warm war es da und dann war es auf einmal wieder weg. Weinanbau hat es auch bis Ostpreußen gegeben. Der Deutsche Orden hat auch im 12. Jahrhundert Wein in Ostpreußen angebaut bis Dänemark und so weiter. Man kann das Wetter nicht rekonstruieren. Man kann nur rekonstruieren, was das Wetter an Spuren hinterlassen hat. Darauf beruht ja die ganze Geologie und die Klimaforschung das ist ja keine direkte Forschung die das Klima vom Wetter her ableitet sondern von den Wirkungen des Wetters. Das Wetter ist ein perfekter Verbrecher. Ich habe heute blauen Himmel da geht die Welt unter wie bei Luther am 2. Juli 1505 da kommen Gewitter möglicherweise mit Hagelschlag mit allem drum und dran und am nächsten Tag wieder blauer wolkenloser Himmel. Wenn ich in den Himmel gucke weiß ich nicht was war. Aber gucke ich auf die Felder sehe wie die Rüben zerschlagen sind oder die Weinreben platt gemacht worden sind oder Spargel oder was auch immer. Die Schäden des Wetters und die Wirkung des Wetters, die sehe ich. Pflanzenwelt reagiert ja sehr sensibel auf Wetterveränderungen. Auch die Tierwelt, die passen sich wahnsinnig an. Nur wir Menschen sind mittlerweile so größenwahnsinnig geworden, dass wir glauben, wir könnten das Wetter kriegen wir sowieso nicht in den Griff, aber unser Größenwahn sucht sich dann ein Ersatzobjekt. Das Klima, das schützen wir, das ist plötzlich menschengemacht und wenn wir den Leuten genug Angst setzen, kriegen wir auch den Verstand gelähmt und dann glauben die uns das und da muss es dann Menschen geben, die sagen, nee, also glaubt das mal nicht. Es gibt kein Klima, das sich schützen kann. Der Klimawandel ist immer eine Folge des Wetterwandels. Um das zu kaschieren wird ja auch nie, was man an der Börse macht, wird nie von den Klimaexperten gemacht. Wenn ich eine Definition habe, 1901 bis 1930 und dann 1930 einen Mittelwert bildet, trage ich diesen Mittelwert normalerweise in das Jahr 1915 ein und wenn 1931 kommt, fällt das 1901 weg, 1932, so erzeuge ich ein gleitendes Mittel. Dies wird bewusst nicht gemacht. An der Börse macht man das. Da gibt es einen Schadtechniker und so weiter und so fort. Da gibt es zwei verschiedene 90-Tage-Mittel, 200-Tage-Mittel und so weiter und so fort. Der einzige Fehler, der dann an der Börse über die Medien gemacht wird, dass der Mittelwert immer mit dem gestrigen Tag aufhört. Die Verzögerung hat man nicht drin. Das muss ja sein. Ich habe mal eine Arbeit in Berliner Wetterkarte veröffentlicht und den Leuten mal gezeigt, wie das geht. Die Klimavergangenheit hört immer 15 Jahre nach dem aktuellen Wetter auf. Bei der Definition 30 Jahre. Das heißt, ich kann zum Klima gar nichts sagen. Und wenn ich Klima berechnen, ist das Wetter vorbei. Es muss erst mal im Kasten sein. Die Daten müssen gemessen sein, die Temperaturen, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und und und. Dann kann ich sie statistisch verarbeiten. Und wenn ich die statistisch verarbeitet habe, ist das Wetter wieder auf und davon. Und das Wetter ist insofern chaotisch, weil es sich nicht vorhersagen lässt. Ansonsten ist das Wetter nicht chaotisch. Das hält sich in irgendwelchen physikalischen Randbedingungen. Die Bedingungen gibt die Sonne vor, die Energie, das Wetter macht also keine Extravaganzen. Aber es ist insofern chaotisch, wenn ich das Wetter berechnen will. Es gibt Bewegungsgleichungen und die kann man halt nicht exakt berechnen. Auch kein Computer und noch so schneller und noch so teurer Computer kann das nicht. Und da sind die Meteorologen ja ehrlich. Die sagen, wir haben die tollsten, teuersten Computer beim Deutschen Wetterdienst. Wir können maximal 10, 14 Tage ein Trend des Wetters angeben. Und Sie sehen ja, wenn Sie 10 Tage abends im Fernsehen gezeigt bekommen, die Kurve und die Spanne wird ja immer größer. Die Unsicherheit wächst von Tag zu Tag. Und dann gebe ich vor, mit Klimamodellen, die nun überhaupt keine Physik drin haben, wo ja alles kastriert ist, was irgendwo interessant sein könnte, da wird so getan, als ob. ja, da gibt man einfach einen Wert ein, einen Strahlungswert dem CO2. Man diktiert dem CO2 einen Strahlungswert. Dabei kann CO2 ja, nee, das breche ich jetzt ab, sonst geht das zu weit, aber nein, nur eins, im Jahre 1815 hat Fraunhofer, der Name Fraunhofer ist ja bekannt, der hat das Sonnenspektrum, mal untersucht und da hat man ja dann festgestellt, vorher schon, dass wenn ich eine Kerze unter die Sonne durch das Spektrum fallen lasse, die Strahlung, spaltet sich die weiße Strahlung auf in die Regenbogenfarben und dann hat man unter jede Regenbogenfarbe einen Thermometer gelegt und wo nichts mehr war, im dunklen Bereich auch ein Thermometer und dann haben gesagt, die eigentliche Wärmungsstrahlung von der Sonne ist unsichtbar, die liegt außerhalb des sichtbaren Spektrums, also für menschliche Augen nicht sichtbar, Klapperschlangen können, Wärmestrahlung sehen, wenn ich hier den Raum dunkel mache, sehe ich keinen mehr, ist aber da eine Klapperstange, die weiß, wo ich stehe, die weiß, wo sie zu beißen hat, die sieht die Infrarotstrahlung und ein Satz vielleicht noch, feste und flüssige Körper strahlen Energie ab in einem breiten Spektrum, kontinuierlich, in einem ganz kontinuierlichen Spektrum, das hat ein Maximum, das hängt von der Temperatur ab und Gase können nur selektiv Strahlung absorbieren, wie der Mensch selektiv Informationen absorbiert, der eine mag die Informationen nicht, die überhört, der andere mag sie, der mag linke Parolen, der wird dann richtig aufgeheitert, der andere das, wir sind ja alle unterschiedlich, aber wir denken selektiv und informieren uns auch weitgehend selektiv, nur, wenn ein Körper wie die Erde festflüssig ist und Energie abstrahlt und ist von einer Atmosphäre umgeben, wo nur selektiv ist, gibt es so viele Bereiche, wo die Wärmestrahlung der Erde entweichen kann in den Weltall mit Lichtgeschwindigkeit, ist ja kein Unterschied, ob sichtbare oder unsichtbare Licht, das ist alles elektromagnetische Strahlung, die hat alle die Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde und da soll in 6 Kilometer Höhe plötzlich so eine Sparschicht sein, wo die ganze militärische Spionage funktioniert, die können jeden Panzer und jede Zigarettenschachtel in der Wüste in stockfinster der Nacht nur anhand der Temperaturen feststellen oder eine Raketenstellung, einen Fahnen, LKW, einen Panzer oder was auch immer, eine Militärkolonne, nur die Wärmestrahlung, was ich optisch wunderbar tarnen kann, aber die Wärmestrahlung kann ich nicht eliminieren und die verrät mich und das alles wissen wir und trotzdem glauben wir heute diesen Klimaschwachsinn. Da muss jeder mal mit sich selbst ins Reine gehen und ich kann Ihnen nur sagen, lesen Sie das, da ist keine mathematische Formel drin, man kann alles erklären, wenn man es verstanden hat und die ganze Physik, die ganze Naturwissenschaft beruht auf Beobachtung. Erst kommt die Beobachtung, dann kommt das Nachdenken, und dann kommt die Theoriebildung und die Theorie ist auch erstmal eine Hypothese und die Hypothese muss erstmal dann bewiesen werden und das geht nur experimentell und wie will ich mit experimentell mit dem Klima operieren, das gar nicht gibt, weil es nur eine statistische Größe ist, die vom Wetter abgeleitet ist und ich kann kein Wetter verändern, ein Hochdruck in ein Tiefdruck Gebiet, ich kann Milliarden Chinesen mit einer Spaten mit einer Schippe ausrüsten und sagen so jetzt schaufelt mal das tief zu und einen Berg Luft auf zum Hoch oder dreht mal die ganze Höhenströmung um, das stinkt mir hier, das ist alles illusorisch, wir sollen uns mit den natürlichen Randbedingungen auseinandersetzen und in der Anpassungsfähigkeit an das Wetter, da liegt unsere Stärke, Ja, ob ich nun jetzt wie die Zugvögel mich anpasse, indem ich im Winter wie die Kraniche nach Süden fliege oder die Störche und so weiter und so fort oder als Mensch mich anpasse, indem ich mich Sommer und Winter anders kleide, Wohnungen baue, Häuser, die ich beheizen muss, ohne Heizung geht gar nichts, ja, insofern ist natürlich auch das auch immer eine Frage, wie teuer ist die Energie und wie teuer wird die Energie gemacht und was bringt das Ganze, ändert diese ganze Klimaschutz Politik, die per se unsinnig ist, irgendetwas am Wetter, nichts, deswegen redet in Paris auch keiner über das Wetter, das ist kein Thema, ja, es wird die Natur einfach umgedreht, ja, man lässt das Wetter unter den Tisch fallen und konzentriert den Blick der Menschen auf das Klima, man macht die Menschen erstmal schuldig, dass sie ein schlechtes Gewissen haben und wer ein schlechtes Gewissen hat, der bittet dann um Vergebung und Verzeihung und man konstruiert Gefahren, die Klimakatastrophe, das sind ja auch im Grunde genommen abgekupferte Verfahren, Drohungen, wie sie in der Urzeit schon da waren, das Treibhaus ist ein Synonym für die Hölle, in die Hölle kommst, wenn du sündigst und das Treibhaus wird immer heißer, wenn du sündigst, wenn du Auto fährst oder was auch immer, aber hat jeder, dass das Wetter sich geändert, wenn wir Auto gefahren sind oder nicht oder zu Fuß gegangen oder Rad gefahren, als unglängst die Barbara Hendricks, die Umweltministerin, mit dem Zug, da Sonderzug von der Deutschen Bahn von Berlin nach Bonn gefahren ist, haben sich die Wolken geteilt, ja, wo die Ministerin mit Sonnenschein empfangen, begleitet, nix, gar nix, ja, das Wetter macht solche Spielereien gar nicht mit, aber, und wir sollten uns, wir sollten das ernst nehmen, wir sollten unsere Freunde, wie gesagt, hier, zehn Euro, das sind zwei Weizenbier, dann, das ist eine geistige Nahrung, die sich lohnt, und da kann man auch noch zwei nehmen und einem Freund zu Weihnachten noch eins schenken, oder was auch immer, ich habe ein paar Bücher da, ich möchte bitte keins mitnehmen, also greifen Sie zu, ja, jetzt höre ich mal auf, jetzt dürfen Sie Fragen stellen. Ich darf nur noch mal kurz inzwischen reingrätschen, praktisch, ich hatte mir vorgestellt, dass wir die Frage-Antwort-Session von mir so ein bisschen moderieren lassen, ich habe mir jetzt selber beim Vortrag noch so ein, zwei Sachen gemerkt, die ich gerne mal voranstellen würde und Sie gerne fragen würde, und dann können Sie losschießen, und zwar erstens, da Sie ja lange in dem Bereich gearbeitet haben und sicherlich auch viele Freunde und Kollegen in dem Metier haben, würde ich gerne mal wissen, oder mich würde mal interessieren, was sagen die eigentlich zu ihrer Haltung zu dem Thema und was sagen Ihre Freunde aus der Meteorologie auch zu dem Klimawahn als solchen, gibt es da Äußerungen oder Sie müssen jetzt keine Namen nennen? Nein, nein, ich will, das vermeide ich auch, also die Reaktionen sind unterschiedlich, ich meine, der politische Gehorsam ist ein wesentlicher Gehorsam, man kriegt hier immer, wenn man gehorsam ist, gesagt, du bist ein guter Demokrat, du bist ein schlechter Demokrat, du musst besser Demokrat sein und so weiter und so fort, ich lehne diesen Begriff Demokrat für mich persönlich ab, denn Demokratie heißt Volksherrschaft und wenn ich einen beanspruche, Demokrat zu sein, müsste ich ja quasi die Meinung des Volkes in mir personifiziert haben, 80 Millionen Deutsche, deren Meinung muss ich quasi vertreten, ich kenne sie ja noch nicht immer, also deswegen bin ich gegen den Begriff Demokrat, ja auch, es gibt im Deutschen den Begriff Volk, im Griechischen heißt es Demos, ja da ist das Demokratie abgeleitet und im Lateinischen heißt der Begriff Populus, ja das ist genauso neutral wie alle anderen drei auch, aber nur bei Rechtspopulisten, ja wird er negativ besetzt, bei Demokraten ist er natürlich gut besetzt, Volk wird in Deutschland ja immer weniger gebraucht, das steht nur noch im Grundgesetz, vom deutschen Volk Schaden abwenden, sonst sind wir nur noch Bevölkerung oder Menschen, die länger oder kürzer hier wohnen, oder wir sind Gesellschaft, was ist das? Gesellschaft ist wie Klima, besteht aus unwahrscheinlich vielen Menschen und das Klima besteht aus unwahrscheinlich viel Wetter, ja, nur bei der Gesellschaft ist es einfacher Manipulation anzusetzen als bei Wetter, das Wetter kann ich nicht manipulieren, aber eine Gesellschaft kann man durch Propaganda und so weiter und so fort und die Übeltäter sind nicht die Journalisten, 1986 hat kein Journalist die Idee gehabt eine Klimakatastrophe auszurufen, das waren Physiker, das waren auch theoretische Physiker, die nicht mit dem Wetter zu tun haben, es gibt immer nur ganz wenige meteorologische Opportunisten, die hier mitspielen, das meiste sind Physiker, der Grassl, der Schellenhuber, der Hasselmann und so weiter, alle die Koropäen, die im Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg gearbeitet haben oder Potsdam-Institut oder jetzt im eigenen Institut der Klaus Töpfer und dergleichen mehr, die haben alle mit dem Wetter nichts zu tun, die haben alle die Schule des Wetters und die Knute des Wetters nicht erfahren in ihrem Leben. Die können natürlich vor sich hin philosophieren und Gedankengebilde entwerfen und der Politik natürlich immer neue Horrorszenarien liefern und es gibt ja so einen auf- und abschwellenden Boxgesang, sagt man so, immer vor einer Klimakonferenz werden plötzlich die Institute aktiv. Eine Presseerklärung jagt der andere, Sie wissen das ja wahrscheinlich besser aus dem tagtäglichen Leben, ich kriege natürlich auch vom PIK die Presseerklärung und so weiter, da sind ja tolle Hypothesen drin, also mit einem gesunden Menschenverstand muss man sich wundern. Warmes Wasser dehnt sich aus und schwimmt immer an der Oberfläche. Aber während Theorien, die Temperatur steigt jetzt im Moment nicht und das seit einigen Jahren nicht mehr, da hat das warme Wasser die Eigenschaft ins tiefe Wasser abzusinken, 6000 Meter Höhe, dann zu warten und in 10, 15 Jahren kommt es dann plötzlich als kochendes Wasser wieder hoch. Sowas Abstruses wird hier gemacht und das wird kritiklos von den Medien verbreitet. Und was soll der normale Mensch damit anfangen? Er wird verunsichert und er glaubt dann irgendwo an Schuld, an schlechtes Gewissen bleibt immer aliqueteret. Jede üble Nachrede hängt immer was an und hinterlässt Wirkung. Und insofern ist es wichtig, sich einfach mal zu informieren, zu lesen und dann immer wieder jedes Wort auf die Goldschale zu legen. Die Sprache ist das Manipulationsinstrument überhaupt. Das war's Wettbewerb hat und zu lieb ist das und Wettbewerb ist das